ok so wir hatten jetzt dann die testphase und jetzt geht es ins eingemachte das sind wir ausgekochte profis pro gamer indoor kickers pro gamer kickers ach so ich bin schon wieder mit der hand an der maus ja ich möchte auch irgendwie mit der maus aber ich bin jetzt auch und dann geht es los hier ja der messer es kann nachladen stopp der weihnachtsbaum der weihnachtsbaum losgehen kann losgehen okay ich kicke auf und wir wollen einfach jawohl ok 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 habe ich habe ich nachladen immer nachmachen mache ich mache ich habe diesen kürbiskopf hier kann nix ok alles da ja ist ein kürbis warte mal ich schweiß meine blendkanate rein warte mal warte mal ein warte soll ja auch man ja was erst wenn er weg erst wenn er von der tür weg geht ein bisschen weg ist warte drei feuer 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 so sehr gut ja wir sind eiskalte profis ich muss nachladen gleiches spiel noch mal euer pausen immer zum nachladen ja ich werfe ich kicke und werf jawohl geil sind gesichert ja die frauen haben nur ein schuss abgekriegt also alles im rahmen jetzt ist der lateral schaden so gut bereit hast du schon deine skills eingesetzt der hatte das von unserem zwei vorhin hatte das übernommen ja aber ich habe jetzt noch fünf weitere glaube ich war dann mal ganz kurz ich komme jetzt rein dass du in die skills nee ich habe ja zwei habe ich jetzt noch mehr damit diesen stern kann man waffen kaufen die unter deinem profil bild so siehst du ja auch aus und ich auch ja noch ein bisschen gefährlicher sehe ich im echt auf so klopf 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 man auf klopf mother fucker haben wir eigentlich ich habe die eigentlich für die feier vollzeit ja die wollten uns angreifen genau gesehen ok hier ist aber nichts warum hast du nichts ich habe mir gedacht das schaffe ich schon ja er weiß dass wir ja guck mal die tür war überraschung okay hier ist nichts wenn ich werfe da oben aber erst mal flash ja geil flash jawohl macht du die geiße ich mache hier weiter ist ihr seid sicher mit mit weh kann man übrigens nicht schießen die kam angesprungen ja als als wenn wir uns umbringen wollten okay eins zwei drei oh diesmal haben die geiselnehmer sie nicht gekillt die frage ist mit dem friendly fire wenn wir beide so stehen schieß mal schieß mal weiter okay dann habe ich kein für die feier okay jetzt auch noch nicht jetzt auch nicht warum habe ich ihn grad schaden bekommen was ich schieß mal auf mich ich glaube das ist ja sehr gut ich liebst du rechts jawohl okay den habe ich auch nachladen jawohl was soll hier jetzt nur und da ist mal wieder flash ja bin ich tot ich betone mein gott warum wird denn du musst mich rächen stammt man kann ich da nicht wird immer nach links warte warte mal spieler neues born hier kommt mal wir hätten auch durchs fenster gehen kann guck mal wo wir gucken ob wir das irgendwie müssen wir das machen warte mal ja okay verstehe wir können auch von zwei seiten kommen alles klar ja ich hab doch meine monstige sport mäßig okay ich habe noch voll und meine leben sind aber schon echten bauer aus naja ich bin ja auch schon im zweiten leben also ich nehme mal ein paar zerreste aber das kann ich glaube ich auch warte mal ja immer erst wenn du da oben war das mit schrift oder so ja übersteuerung aber nur das musste es frei macht man das denn da muss man das anwählen und dann erst drücken dann aber du musst es erst freischalten weißt du bist kurz davor ja ja ich bin also noch nicht gut genug genau genau pass auf ich trete gegen die tür und lenkt sie zu mir und du schießt sie von hinten ab alles klar klingen nach dem plan ich habe so eine braune tür sag bescheid ich bin da ich starte ablenkmanöver alpha aber eins bei deinem leben so nächste mission und wohl nur zwei sterne ja wunderbar was kostet mich denn eine neue waffe boah acht sterne zehn sterne vielleicht hätte ich die sterne nicht so ausgeben sollen aber egal und bei den skills ist ich habe fünf weitere punkte warte mal hier ist nomax anzüge halte weniger schaden durchweiter flammer alles gleich fünf sterne dann warte ich noch warte ich noch so pass auf hier ist glas hier oben ja warte einer links einer rechts oder so nach unten schießen können wir nicht ich habe ihn abgelenkt mit dem hier unten müssen wir echt aufpassen kriegst du das hin da unten die blendgranate reinzuwerfen also ich weiß nicht ob ich eine blendgranate jetzt so wurde eskaliert ja jetzt klein abkleide fixer ab alles klar ja warte ich kann mal runter ja ist neuer haben wir haben wir okay wir sollten erst was sagt mir nichts mit machen ok holterkammer diese kranken hunde so da oben kann ich eigentlich hier oben eine flash werfen jungs 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 chill chill ja 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 ich wollte auch mitmachen fast ja ich habe schon wieder mit weh schießen wollen ich bin immer so auf wst weißt du warte mal hier können wir nicht gucken was hinter was hinten im raum ist ne ne ich hab flash ja ja polizei und die geise lebt sogar noch mhm ok vielleicht warte mal vielleicht sollte ich einmal panzerung nehmen ja ich kann jetzt auch panzerung nehmen und ich könnte meine ausrüstung sogar einmal auffüllen ach das ist aber nicht die ist aber nicht die blendgranate schade haben wir pass auf wenn wir hochgehen müssen ja 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 gut ok da war ich ein bisschen zu schnell ja also hier noch nicht hochgehen da oben ist ja alles voll mit idioten leider habe ich hier keine flash mehr ne wir gehen jetzt erstmal nach links weiter erst schießen dann fragen ok du musst nachladen eigentlich ja ich gehe mal runter und jetzt ja ich weiß ja was im kopf bekommen so können wir hier können wir auch hoch hopsen und von beiden seiten angreifen gleich ja aber der warte mal kann man nicht hier sogar du kannst du wahrscheinlich einfach durchschießen ja aber dann schießen sie auch auf mich weiße ist glaube ich unsere einzige option das einzige was wir noch mal machen können wäre höchstens den keller noch mal reingehen weil da hinten wäre wir müssten durch die tür da ist alles voll voller freaks reeks hey komm du kannst dich ansprechen lass es einfach machen du kannst medikett nehmen warte mal du kannst medikett nehmen weil deine leben sieht ziemlich mau aus ja warte kurz dann wüsste ich auch aber ich kann ich könnte sogar wie funktioniert hat ich habe medikett gehen ach so hier liegt ans für dich das kannst du nehmen oder ich nehme das einmal warte ach so du willst das leichte maschinengewehr nehmen ja sicher wozu habe ich da du hast nur ein fitzel leben weißt du ja ich bin tot aber es hat sich gelohnt das ding ist fett ja jetzt habe ich aber nicht genug um dich wieder zu holen ja noch nicht das ist jetzt die letzte geisel guck mal hier zack jo also mussten wir nicht in den keller rein vielleicht wäre da irgendwas spezielles gewesen so jetzt habe ich schon drei sterne ja ich kann mir auch eine andere primärwaffe holen kannst du schon machen ja bei sechs kriegt man die um die mp7 bei acht sterne tempo beutel oder vielleicht sollte ich die panzerweste nehmen ok ich habe panzerweste genommen und hier können wir im gs melden alles klar ja habe ich jetzt vorhin genommen nächtlicher anruf zur ruhestörung habe ich gehört ja j ruth holt ja nicht beim commander freunde falsch den obsttattik mir ja er sieht aus wie james bonn ja james bond ist in null nummer hier mit zu oben und ich mache hier unten oder was können wir ich kann runter kommen alles klar einfach weg gewinnt der ist aber nervös hier mit seinen zeigefinger okay soll ich mir schon eine panzerung holen oder medikit gleich ich würde erst mal medikit nehmen oder an der stelle ich werde am besten wieder ein flash nach jetzt ist von dahin ja ja und ein bisschen runter dann flash werfen wir folgen die haxe geschnitten jeder oder 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 wir sind sagt das ist gar nicht aber nix wir haben die jungs erledigt obwohl schmutz aufgeräumt ja so hier ist auch runter ich links du hast ja ich brauche medikit ich brauche medikit ja ich glaube ich nehme auch mal über 1 nicht maschinengewehr ja hier alles klar da kann ich das nehmen okay man hast doch mal nicht wenn ich der wusste gar nicht wie ihm geschieht hier ja was da los die kombinaten unten sind noch ein paar von diesen boys das geht nach oben ja hier nein auf den letzten meter noch gestorben ja ich musste ich musste noch einmal nachladen habe ich gesehen so mit drei stellen werde ich ja noch nix immer vorsichtig okay wir wissen nicht was unten ist das ist blau ja wir haben hier links eine treppe da das gucken wir uns erstmal erstmal observieren ah guck mal guck mal was für ein lutscher ich bleibe ich bleibe hier guck mal der hat unten eine goldene knarre und einen hut auf ist das ein endgegner oder was und der hat eine ratte und eine lady als geisel wow 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 ey das eskaliert hier was machst du denn ich weiß nicht das war so als ich gekommen bin der irre hat eine ratte und eine frau erschossen was ist mit der ratte können wir die abballern warte mal vielleicht hat die ratte uns auch gar nichts getan auch guck mal die läuft jetzt mit uns oder auch nicht also die ist zwischen meinem fuß und die tür gekommen ich konnte nichts dafür kann losgehen ja ja kann losgehen okay ich werfe dann glaube ich eine flash rein wo hey die typen brennen noch es wird heiß geschossen hier hast du gesehen dass der mit der tür nach hinten geflogen ist ziemlich gut okay oben sind zwei ich nehme links du rechts ja alles klar ich war die geisel getroffen warte kurz nachladen wann war ich oh scheiße was da hinten passiert ja ich glaube ich habe den typen ausversehen erschossen du hoffst dass das ein typ war ja sonst würde ja jetzt hier irgendwann traurig sein boah ich bin fast down was ich brauche ich brauche leben ich brauche nur munition warte mal kann ich mich da auch dran bedienen warte mach ne schade höhnend dank ach guck mal hier man hat deckung hier irgendwie wenn ich mich hinter dieser kiste gebückt habe da wird es hier so ein panzer symbol ok 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 skill punkte habe ich wohl anscheinend 2 ich brauche 8 für meine neue knarre die brauche die will ich aber gar nicht ja weniger schaden m4 a1 borg 8 für was gibt es hier eigentlich noch ich gebe noch splittergranate rauchgranate gibt es auch sprengladung also gleich will ich auch noch mal die die splittergranate und die rauchgranate ausprobieren naja ja komm wir machen noch einmal so mit der normalen brandgranate alles klar warte mal das ist der schein verletzt zu sein police officer ah er hilft er kommt mit jetzt er hilft uns oh nice ok ich nehme den kameraden mal mit hier unten lang übrigens dauerfeuer scheint ungenauer zu werden dann ne ja kommt er jetzt mit oder nicht kommst du jetzt oder was oder hast du scheiß junge ich tübege erstmal ey da unten vier geiseln und drei typen und wieder der typ in der knarre oh scheiße oh das ist eine treppe hier können wir so hoch gehen oder ja aber wir können nicht wieder runter gehen doch doch warte 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 ja warte kurz ich muss noch nachladen ja ich dachte das hätte ich habe den angehörte so die tische auf ist ok ok ja die hatten eine faire chance die haben wir uns ja gehört vorher oh ja auch kommen wir nehmen es ein bullenauto und fahren weg dann wäre geil aber warum konnte bullen nicht mit ach so wir können hier auch warte mal er ist für solche das auch ich aus der einsätze nicht aus ausgebildet noch ein police officer naja wo 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 ich weiß wo weiß ich war flash das ist mir zu leben hast du noch eine granate eine habe ich noch die brauchen wir jetzt wahrscheinlich für hier oben wenn wir da reinkommen okay ich meine ich muss oder halt warte mal oder wollen wir die aufbewahren für unten nachher bei aber den vier geisel und mcduck face da dieser komische mit der gold knarre oder da geht es noch weiter hoch ich habe nichts gesehen der messer links hat die hatte ich noch mal die knarre von dem geisel nehmen muss noch mal ein paar kugeln im kopf verteilen aber doch auf mich okay ja warte mal kurz ich glaube ich brauche warte mal das hört sich nach schwerem mg an ich kann es machen oh nice ich hole mir noch eine panzerweste warte 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 so das haben wir haben wir müssen noch oben aufräumen und ganz unten ich habe auch nicht unendlich schuss ich habe nur noch so viel schuss wie ich jetzt da drauf habe ich bin falsch gelaufen kann ich ja gut ja gut dann gibt du mal stoff dann ja warte lass die kurs von der tür ein bisschen weg sein ich konnte sich auch ablenken oder ja genau da ist ja wegen der trophy ich habe einen raben umgeschossen warte mal da lass uns doch mal von der seite reingehen hier ist nämlich nur eine hier ist die tür mit nur einem hier so eine holztür ja ich habe gerade hier hinten geschaut kann ich hier denn irgendwie rund warte mal ja ich kann von der seite kommen daher kann ich von da kann ja was auch wieder so kannst du wenn du hier runter wenn du jetzt da unten drückt und leertaste ja aber ich habe nicht mehr so viel schuss ich weiß aber auch nicht wie ich jetzt auf meine normale waffen wieder wechseln kann das war ich darf auch nicht auf das glas egal ich bin da ich wir auf eine blend rein ok ok 50 prozent der geisel gerettet ist ein guter stück so ich glaube das war es dann auch hier müssen wir noch in den keller was weiß ich glaube ich nur einmal leben warte mal was ist denn hier nach ausrüstung auffüllen panzer weste medikit habe ich jetzt im augenblick nicht da muss ich jetzt so durch ok hier müsst ihr lang glaube ich oder beides geht beides geht ok dann versuchen wir mal nicht den polizisten umzulegen scheiße 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 ok ich habe den polizisten umgelegt was auch links 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 ok wenn du einen tötest dann kannst du mich wiederbeleben jetzt kannst du mich wieder wieder warte ok polizist ist zwar tot aber auch die geiseln auch wo kommt denn jetzt sei ja ich habe nichts mehr ich habe nichts mehr ich habe mich auch nicht ja super 9 von 14 geisel gerettet so was brauchte ich jetzt für die ump hast du schon theoretisch bräuchte ich acht für die mp7 ok und hier sind noch mal zwei punkte weniger schaden durch flammen waffen und feuer flammen waffen was kommt denn da noch weiter so ich bin ready me too und 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 Untertitelung des ZDF, 2020